hallo freunde heute mal ein kleines review wieder das team hat hier was mitgebracht alle sagen es schmeckt mist und andere schlimme wörter die man bei youtube nicht mehr nennen darf und da ist zensiert heutzutage und ich soll das test trinken weil ich bin dafür bekannt dass mir eigentlich fast alles schmeckt meine meinung dazu wenn das jetzt den test trinken nicht gefallen hätte er ist ja nicht auf den markt gekommen also eine schöne dose lecker lecker sieht aus der energy drink surf chillet hey oder chill sagt man ja egal so aufgerissen ding stöber stöber es richter zitrone aber so weiter geht es wir wurden kurz gestört das heißt natürlich lupina da gesehen lupina willopina ist ne pflanze schmeckt nicht scheiße schmeckt normal da ist nämlich der nachgeschmack ist scharf da ist wohl chili mit drin oder was jetzt hier wasser zucker nicht koholisches fermentat aus wasser der ersten malzextrakt also das zeug punchen die also aus bierresten zusammen ist natürlich dann günstig nur wurden sie sonst wahrscheinlich wegschmeißen und ingwer extrakt na gut ingwer kann vielleicht auch scharf sein stabilisator johannis brotkernmehl also auch resten also in meinen augen ist das zeug aus rechten resten zusammengepanscht er ist es ein bisschen brennig im abgang über beim wein sagt aber sonst spekt es eigentlich nach zitrone könnt ihr euch kaufen und rein kippen egal tschüss freunde